...diesem skurrilen Buchladenkuh für ihn werfen? Ich bin nur seinetwegen noch am Leben. Alles klar, haben Sie auch nur die geringste Ahnung, was hier vor sich geht? Menschen verwandeln sich in scheißverfluchte Monster. Das weiß ich. Ich hab dich schon gesehen. Ich wollte gerade ein bisschen trainieren. Bist du dabei? Dann schreien deinem Hinter noch die... Sehr gut. Aber konzentrier dich nicht nur auf deinen Angriff. Ja, okay. Fuck. Cap. Cap. No. What's wrong with the wall? Cap, no! Maybe I'm safe here. I'm safe here.